Hey du, herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Tiere Explore. Heute dreht sich alles um eine faszinierende Katzenrasse, die Britisch-Kurzhaarkatze. Wenn du schon immer mehr über diese bezaubernden Samtpfoten erfahren wolltest, bist du hier genau richtig. In diesem Video präsentieren wir dir 15 interessante Fakten über Britisch-Kurzhaarkatze. Die Britisch-Kurzhaarkatze wurde vermutlich von den Römern nach Britannien gebracht, um die Nagetierpopulation in Schach zu halten. Der britische Zoologe Harrison William Weyer wird als The Father of the Cat Fancy bezeichnet und entwickelte die Rasse Britisch-Kurzhaar durch selektive Zuchtprogramme. Die Britisch-Kurzhaar wird oft als die erste Katze der Katzenfantasie angesehen. Das Aussehen der Britisch-Kurzhaar ist von verschiedenen Farben und Mustern geprägt, darunter die beliebte blaue Farbe, aber auch weiß, schwarz, rot, tabby oder Schildpadmuster. Ihr Fell ist dick und dicht, aber leicht zu pflegen, da es kurz ist. Regelmäßiges Bürsten hält es schön. Die Britisch-Kurzhaar wird oft als Teddybär-Katze bezeichnet, aufgrund ihrer pausbäckigen Wangen und großen runden Augen. Britisch-Kurzhaarkatzen sind bekannt für ihre unkomplizierte, sanfte Natur und bauen gerne eine Bindung zu ihren Besitzern auf. Britisch-Kurzhaarkatzen sind gut erzogen, ruhig, gelassen und äußerst loyal. Die Britisch-Kurzhaar ist tolerant gegenüber anderen Haustieren und eignet sich gut als Begleiter für Familien mit kleinen Kindern. Obwohl Britisch-Kurzhaarkatzen gerne faulenzen, spielen sie auch gerne. Es ist wichtig, sie zu ermutigen, aktiv zu sein, indem man mit ihnen spielt. Die Britisch-Kurzhaarkatze ist bekannt für ihr melodisches Schnurren, das oft als angenehm empfunden wird. In den sozialen Medien gibt es Millionen von Beiträgen mit dem Hashtag Britisch-Shorthair auf Instagram. Es wird vermutet, dass der gestiefelte Kater und die Grinsekatze in Alice im Wunderland auf Britisch-Kurzhaarkatzen basieren. Die Britisch-Kurzhaarkatze wurde in Filmen wie Garfield, der Film, und von berühmten Persönlichkeiten wie dem britischen Popsänger Sam Smith bekannt. Eine Britisch-Kurzhaarkatze namens Smokey hielt den Rekord für das lauteste Schnurren der Welt mit 67,7 Dezibel. Und das waren die 15 faszinierende Fakten über die Britisch-Kurzhaarkatze. Haben dich diese Informationen genauso begeistert wie uns? Wenn ja, dann verpasse keine weiteren spannenden Inhalte rund um Tiere, in denen du unseren YouTube-Kanal Tiere Explore abonnierst.